So, du 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 du. Noch ein Schluck Wasser. Das ein bisschen richten und... Bam! Neue Folge Feel Good Podcast. Solo vom 15. Dezember 2021. Oh mein Gott, in 10 Tagen ist Weihnachten. Und die Stille, die ich jetzt gerade vor mir gegeben habe, ist... Der Gedankengang sah... Fuck, ich habe noch keine Geschenke. Und normalerweise stresst mich das auch nicht so. Aber ich merke so, mit dem Alter stresst es ein bisschen mehr. Früher bin ich so der klassische... 24. Dezember... Langt. Gehen wir am Morgen. Wie alle anderen 700'000 Menschen. Und stressen uns dann durch die Stadt. Und suche irgendwelches Zeug zusammen. Jetzt bin ich ein bisschen... Ein bisschen... Von dem weggekommen. Und habe zum Teil schon durch das Jahr durch irgendwie mal eine Idee und so. Aber ich schaffe es dann meistens nicht, das bis Weihnachten durchzuheben. Sondern meistens gibt es dann halt irgendwie sonst mal ein Geschenk oder so. Und ich finde es eigentlich auch schöner. Aber ähm... Ja... Man bewegt sich halt einem gesellschaftlichen Druck. So... Beugen. Was ich geil finde, mein Grossvater hat das eine Zeit lang gemacht. Haha... Er ist irgendwie in so einer Food-Abteilung. Irgendwie so Manor oder keine Ahnung was. Hat einfach ein bisschen eingekauft. Und dann ist er gekommen. Mit zwei Gucken voll. Und dann hat er wirklich einfach so... Unverpackt hat er das Zeug rausgenommen. So... Wer hat Lust auf die? Da haben wir eine Himbeergonfi. Haha... Wer mag das an? Schau da. Ein Pastaset. Und dann hat man einfach aufstrecken und sagen... Oh ja, das kann ich jetzt noch brauchen. Und das habe ich recht geil gefunden. Vielleicht mache ich so etwas das Jahr. So ein bisschen... Sucht ihr selber euer Geschenk aus. Was ich auch schon gehört habe, das finde ich auch nicht schlecht. Man wählt... Ähm... Quasi ein Geschenk aus. Im Wert von... Keine Ahnung... 50 Franken. Und... Also wählt eins aus. Man kauft eins. Oder macht eins. Oder wie auch immer. Und dann nachher sitzt man an Weihnachten. Und dann nachher... Wird quasi... Ausgelost. Und dann kriegt einfach jede Person... Ein Geschenk. Und nachher fängt das... Grosse Tauschen an. Haha... Hey... Darf ich das haben? Dafür kriegst du meins? Oder vielleicht macht man dann so ein Dreierpackchen und so. Und das klingt im Grundkern auch gut. Aber... Bei denen, die mir das erzählt haben, was dort das Problem ist. Mittlerweile gibt es noch so zusätzliche Bestechungsgeschenke. Das heisst, man hat zwar etwas im Wert von 50 Franken. Aber... Man macht dann irgendwie noch einen Gutschein für etwas. Ja... Und dann sagt man... Achtung... Da... Du kannst mein Geschenk gegen das Täuschchen... Und kriegst noch den Gutschein dafür. Dazu. Ja... Wie wäre das? Haha... Also... Man kommt nicht darum herum. Aber ich hoffe dir sind schon in Weihnachtsstimmung. Und die Geschenkeparade ist auch schon auf gutem Weg. Ich bin selber noch nicht so dazugekommen. Weil... Es ist jetzt doch natürlich noch einiges los gewesen. Ähm... Die letzten Tage. Ich habe ja ein bisschen erzählt. Das letzte Mal, als ich mich gemeldet habe... Bin... Ähm... Auf jeden Fall... Zuhörerinnen schafft... Ähm... Soll wirklich erfahren... Das Programm... Darum heisst es von Claudio Zuccolini... Ist eine Sensation. Es ist so geil. Wirklich Stand-up vom Allerfeinsten. Ähm... Ich habe schon ein paar Mal gesagt, der Zuccolini ist für mich das Seinfeld der Schweiz. Aber ähm... Wenn ich das letzte Special vom Seinfeld anschaue, muss ich sagen... Ähm... Das gefällt mir jetzt sogar noch besser. Ja... Also wirklich... Alltagsbeobachtungen. Das klingt immer so blöd. Weil alle Menschen haben irgendwie Alltagsbeobachtungen in ihren Programmen. Aber... Der Zuccolini... Der kriegt sie so auf den Punkt. Und so lustig. Und er kriegt aus dem Kleinsten, kriegt er einfach grossartige Nummern an. Wie zum Beispiel aus dem Fakt, dass auf verschiedenen Verkaufsprodukten eine Hotline ist. Wie zum Beispiel Zahnpasta. Und dann gibt es eine Bitte über das. Und es ist wirklich... So lustig. Und ähm... Wenn ihr irgendwie dazukommt, was eigentlich möglich sein sollte, dann geht das Programm unbedingt an. Ja... Sehr empfehlenswert. Ähm... Wir sind weiterhin schon im Jukka Hotel. An der Humor Soiree. Haben Chrissy Sokol und ich uns äh... Abgewechselt zwischen Gang. Da haben Menschen zu Nacht gegessen. Wir sind dazwischen auftreten. Und... Das hat wahnsinnig Spass gemacht. Die Zucco ist eben sogar schauen. Und ähm... Ist wirklich cool. Ich bin ja schon mal in Arosa gewesen am Humor Festival. Ähm... Dort aber nur so in Halb-Comedy-Funktion. Ich bin die Begleitung von Stefan Büsser gesehen. Hahaha... Der arm Sieg hat äh... Wahrscheinlich eine nicht ganz so ernst gemeinte Einladung ausgesprochen. Was ich dann knallhart ausgenutzt habe. Äh... Und äh... Das kann man auch nachhören. Wir haben darüber gesprochen. Im... Ersten Podcast, wo er als Gast gewesen ist. 26. Dezember 2019. Könnt ihr gerne nachhören. Sowieso ein sehr lustiger Podcast. Ähm... Dort reden wir ein bisschen über das. Und darum habe ich mich natürlich jetzt dann nochmal ein bisschen... Äh... Offizieller gefühlt. Weil tatsächlich der Komiker ist nicht nur am Humor Festival, einfach weil er dort ist. Sondern tatsächlich weil er aufgetreten ist. Ja... Und ähm... Hat wirklich sehr sehr Spass gemacht. Und äh... Ich hoffe natürlich irgendwann wieder. Ähm... Darf auch im Jukka Hotel übernachten. Das ist eh so ein bisschen der Treffpunkt von allen, die dort irgendetwas zu tun haben. Dort in der Lobby. Darum eigentlich alle Menschen, die irgendwie mit Comedy zu tun haben, gesehen haben am Wochenende. Zum Teil mehr, zum Teil weniger. Aber äh... Wirklich ganz ganz toll gesehen. Alle die Menschen zu sehen. Und sich ein bisschen auszutuschen. Das ist so... So wie Klassentreffen. Ja... Sonntag dann... Ganz entspannt. Noch können dort bleiben. Ähm... Nicht viel gemacht. Ausser mal schnell auf den Berg hoch. Etwas getrunken. Dann wieder runter. Schnell vor dem 1 Rennen geschaut. Was sich unglaublich gelohnt hat für mich. Als grosser Formel 1 Fan. Äh... Ich habe mich entsprechend ein bisschen emotional gesehen nachher. Und ähm... Ähm... Also auch schon währenddessen. Ich habe mich kaum noch gespürt. Aber äh... Sehr geil gesehen. Sehr sehr geil gesehen. Der 4. Dementik. Super stressig. Äh... Und danach hat ganz kurz äh... Äh... Umzogen. Duscht. Und ins Bernhard Theater. Stand Up Come Die Show. Aufzeichnet. Äh... Zwei Folgen. Wo eine eben auch der Stop mit dabei war. Und äh... Das haben wir filmisch begleitet. Es gibt einen Vlog zu dem. Und an dieser Stelle einen kleinen Hinweis. Ich habe schon mal behauptet, es gibt einen Vlog zu Comedy in Balz. Der kommt auch noch. Der kommt auch noch. Ähm... Ähm... Ist jetzt halt alles wirklich ein bisschen viel gesehen. Aber ähm... Zwischen... Den Festtagen. Irgendwenn zwischen Weihnachten Neujahr. Und auch Anfang Neujahr. Kommen die Vlogs. Einerseits zu Comedy in Balz. Andererseits. Zu... Letzter Mantik. Wo... Einiges passiert ist. Ja. Und ähm... Einen Auftritt habe ich noch. Den Sonntag. Lanza Heid. Zauberwald. Äh... Mixed Show. Mit Oropax und Charles Nguela. Falls irgendjemand in der Nähe ist. Oder Bock hat es gekommen. Ich glaube das lohnt sich wahnsinnig. Ich freue mich riesig. Ähm... Das wird so einen richtig schönen Jahresabschluss. Draussen. Mit diesen schönen Lichtinstallationen. Ähm... Ich... Ich stelle es mir jetzt schon sehr geil vor. Tickets sind auch schon... Wirklich viel weg. Und ähm... Darum... Auf das freue ich mich riesig. Das wird nämlich so einen richtig schönen Jahresabschluss. Ich merke auch, dass ich langsam aber sicher so ein bisschen müde bin. Ähm... Mit sehr viel herumreisen. Das macht ja vor allem Miet. Ich meine... Es ist normal, dass wir irgendwie eine Stunde, eineinhalb nehmen, hinzufahren und wieder zurück. Aber... Wenn es dann immer gerade so zwei und zweieinhalb Stunden sind. Und das innerhalb von wenigen Tagen. Und der Dezember ja auch sonst immer recht vollpackt ist. Das merkt man dann schon. Ich habe glaube die letzten zwei Nächte so viel geschlafen wie sonst dann etwa vier Nächte. Aber das ist ja gut. Das ist ja gut. Das braucht es auch. Und ähm... Ja... Das war es eigentlich so kurz vor meiner Woche. Jetzt kommen wir mal zu euren Namensvorschlägen. Die ersten Namensvorschläge, die wir werden haben. Weil die Nora hat ja letzte Woche zu Recht angemerkt, dass ich noch keinen Spitznamen habe für die Hörerschaft. Die Hörerinenschaft. Und ähm... Aufgrund von dem habe ich dann aufgerufen und gesagt, schickt eure Vorschläge. Wir werden die alle sammeln. Wir werden die nach Weihnachten oder zu Weihnachten. Ich weiss nicht mehr genau, was ich dir erzählt habe. Werden wir die online hauen. Also auf Social Media. Und ihr könnt dann abstimmen. Und äh... Das wird der basisdemokratische Entscheid. Für was ihr euch auch immer entscheidet. Das wird es dann. Und die Person, die den Vorschlag gegeben hat, die gewinnt. Gewinnt dann effektiv auch ein einmaliges, einzigartiges, exklusives Goodie. Von mir. Was es ist, bin ich mir immer noch am überlegen. Ich kann aber versprechen, es wird etwas sein, was es nicht gibt. Und auch nie mehr wird geben. Also wirklich etwas Einmaliges. Und ähm... Weil die Nora das ja schon vorgeschlagen hat, hat sie dann auch das erste Mail geschrieben. Nämlich... Namensvorschlag und PS und PPS. Moody's. Die... Klammere Plural. Wortart. Substantiv. Häufigkeit. Stark. Zunehmend. Worttrennung. Moody's. Herkunft. Bedeutung. Das Wort Moody's entstand im Dezember 2021, nachdem der Entertainer Joel von Mutzenbecher zur Einsendung von kreativen Ideen zur Namensfindung der ZuhörerInnen seines Feelguts Podcasts aufgerufen hat. Was für ein Satz. Was für ein Satz. So. Irgendwie hätte der Aufnahme unterbrochen. Machen wir gerade weiter. Ähm... Der Name setzt sich zusammen aus dem ersten Buchstaben seines Nachnamens, ohne Beachtung des vorangehenden Adelstitels, sowie dem prägnanten zweiten Wort des Formattitels Good aus dem englischen Good, ergänzt durch die genderneutrale und angliszierte Endung Is, man gehe mit der Zeit, entstand der passende Name Moody's. Finde ich schon mal sehr geil. Das englische Wort Mut bedeutet übersetzt in etwa Stimmung oder Laune, was optimal zum Inhalt des erwähnten Podcasts passt, da der Gastgeber eben diese mit seinen humorvollen, ehrlichen und sympathischen Gesprächen, Klammere und oder Monologen, Klammere zu, Woche für Woche anzuheben vermag. Wow. Schon mal sensationell. Und, da kommt noch ein PS. Matu Matschenko Schenk ist nicht nur der Frontmann von der grandiosen Rockband Death by Chocolate und Moderator bei SRF, sondern kommt zu dem aus Biel und ist ein enger Freund von James Grunz, Klammere, du könntest also sogar eine Viererrunde organisieren mit diesen Herren. sehr guten Input. PPS, bei seinem Podcast Herr Göttli Panaschiert, zusammen mit dem Kulturschaffenden Marco Güschen-Gurtner, schickt ein Gast jeweils per Sprachnachrichten ein Grusswort, Fragen sowie Musikwünsche an die beiden. Nicht nur würde ich es begrüssen, die zwei in deinem Format zu hören, sondern natürlich auch umgekehrt. Neben dem erwähnten James Grunz ist zum Beispiel auch schon der Crimer oder Moritz Schädler dabei gewesen. Du musst unbedingt mal reinhören und die Bewerbungen nehmen sie sicher gerne entgegen. Sensationell. Also ich bewirte mich nicht selber bei Podcasts, aber es wird sicher irgendwann irgendwie stattfinden. Also, einen Vorschlag haben wir schon mal. Moody's. Nice. Dann kommt der nächste Vorschlag von Christoph. Salut, Jögu. Hier ein paar Ideen. Mutzlis, Feelers, Becherlis, Mutzen. Hey, vor allem, mir bärenfreut, schreibt er. Feelgooders, Feel, Feellisten. Feellisten, Feelgood und Listeners zusammengesetzt. Ah, Feellisten. Vielleicht faulen wir später noch mehr ein. Ganz liebe Grüße. Okay, dann haben wir schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Weiter geht's. Vom Philipp Aseid, Goodfellows, Fellas. Hallo, Joel. Mein Vorschlag wäre Goodfellows, also mit A-W oder Goodfellas. Ist aber leider nicht ganz geschlechtsneutral. Ich höre deinen Podcast, wenn ich während der Arbeit mit dem Auto unterwegs bin. Vielen Dank für viele Stunden, beste Unterhaltung. Jetzt möchte ich dich gerne mal live schauen kommen. Sehr, sehr gern. Falls du wieder mal in Zug bist, würde also mindestens eine Person mehr kommen als beim letzten Mal. Bin mir nicht sicher, ob ich, als beim letzten Mal, aber sicher eine Person. Mach weiter so, Gruß Philipp. Ich bin, ähm, an die, äh, März, und zwar 31. Nein, doch, 31. März bin ich in Hünnenberg. Im Heiri-Saal spiele ich dort mein Solo. Ähm, also sehr, sehr gern dort vorbei kommen, lieber Philipp. Und danke für deine Vorschläge. Nehmen wir so mit. Das heisst, Fellas, Fellas, ja, nicht ganz geschlechtsneutral, aber wir haben jetzt acht. Denne. Nächster Vorschlag vom Fabian. Hallo Joel. Ich finde deinen Podcast immer noch sehr unterhaltsam. Danke dafür. Freut mich, dass du ihn immer noch sehr unterhaltsam findest. Nun zum Namen für deine Hörerschaft. Du hast in der letzten Solo-Folge über Spitznamen von Joel gesprochen. Einer davon war Jobel, was sich für mich ein wenig wie Schaufel anhörte. Deshalb hier mein erster Vorschlag, Schüfelis. Von deinem Nachnamen ausgehend könnte man über die Mutzen slash Bären auch noch auf folgende Namen kommen. Humor, Bärli, Humor, Bäre. Die Community kommt sicher noch mit besseren Vorschlägen. Liebe Grüße, Fabian. Dankeschön. Wir sind jetzt bei 10, glaube ich. Dann haben wir hier eine Message mit dem Betreff Sully. Und dann kommt Salih Joel. Mein Weg zu dir war so. Ich bin eigentlich ein Fan von deinem Pappen. Dann habe ich natürlich verfolgt, ob der Sohn auch so sympathisch ist. Als Schauspieler früher hast du mir nicht so gefallen. Aber als Comedian bist du super und der Podcast gefällt mir noch besser. Sehr schön. Aufgrund von deinem Insta-Aufruf bin ich und mein Mann deine Show im Habsagen zu schauen. Echt ein cooler Abend gewesen. Danke. Danke euch sind gekommen. So. Letzte Woche ist mir etwas Lustiges passiert. Mein Sohn ist reingekommen, wo ich gerade ein bisschen in den Podcast mit Matteo reingelassen habe. Ich habe natürlich ein bisschen hektisch versucht abzuschalten und mein Sohn ganz trocken. Weisst Mami, ich weiss, dass man nicht so grusig spricht. Du musst halt nicht so seichlos. Schön, wenn der Sohn einem das sagt. Also noch zum Vorschlag. Für mich gibt es nur einen Namen, der in Frage kommt. Mutzis. Liebe Grüße von einer Herzensbaslerin Moni. Vielen, vielen Dank. Mutzis. Das ist auch einer, der so ein bisschen in meinem Kopf auf der Hand gelagen ist. Schauen wir mal, was wir noch haben. Eine Mail haben wir noch heute. Namen für deine Podcast-Hörer. Hallo Joel. Ich bin 23 Jahre alt und ein großer Fan von deinem Podcast und habe dich auch schon live gesehen in Bern am 14.10.21. Falls du mich gesehen hast, ich war die Stärkgebräunte und die laut meiner Familie lacht wie ein Meersäuli. Ich finde dein Lachen aber auch sehr behelnd, wenn ich das so sagen darf. Und ich fühle dich sehr, als du vorhin im Solo-Podcast erzählt hast, dass du einen Laptop anstatt einer teppichhafter Matte erhalten hast und dann tatsächlich die Rücksendeetikette selber ausdrucken solltest. Stimmt. Das ist noch passiert. Das fällt mir jetzt gerade ein. Meine Gestelle, die ich bestellt habe. Die hatten irgendwann, keine Ahnung, die letzte Woche, vorletzte Woche, die sollten angekommen. Sie sind nicht gekommen. Dann habe ich gefunden, ich schreibe mal eine Mail an die Post, die Dispo oder wie das auch immer heisst. Und ich habe ein ganz geiles Mail zurückgeschrieben. Nämlich, sie finden gerade meine Lieferung nicht. Sie melden sich dann wieder und haben sich einfach nicht gemeldet. Und jetzt hat aber sehr nett der Versand, der ursprüngliche Versand hat jetzt einen Nachversand gemacht. Klärt das jetzt selber mit der Post und das eine Regal ist schon gekommen. Das werde ich noch aufbauen. Ich bin froh, dass ich nicht die einzige bin, welche bei solch anmassenden Forderungen nicht erfreut ist. Ich habe mir zwar nach vielen Jahren Warten und mühsames irgendwie Umgehen eines Druckerkaufs dann letztes Jahr, in einem Moment, wo die Vernunft gesiegt hat, schließlich einen Drucker gekauft. Das mühsame Umgehen des Druckerkaufs beinhaltete, dass ich jeweils in die nächste Ortschaft fahren musste, zu meiner Mutter umzudrucken, welche aber leider jeweils nicht so erfreut darüber war. Das verstand ich. Also ich habe einen Drucker im Büro, aber ja. Der Drucker steht nun da, aber er wird von mir möglichst selten gebraucht, da ich, sagen wir mal so, eine etwas sparsame Person bin. Deshalb eben kann ich es sehr gut mitfühlen. Vor allem, da man ja als Kunde nichts dafür kann, dass diese Firma einen Laptop zwischen einer Teppichmatte nicht unterscheiden kann. Also falls der Laptop immer noch bei dir rumsteht, da der Gang zum Drucker sich noch zu erschwerlich anfühlt, fühl dich getröstet. Ich habe zugegebenermaßen auch ein defektes Produkt, wo ich einer Firma vor Wochen zurücksenden sollte, noch nicht zurückgesendet. Ja genau, ihr habt es erraten, weil sie die Rücksendeetikette bei mir E-Mail gesendet haben. Dann seufzt es. Genau. Ich lue gerade auf der Laptop, so als Seite bemerke ich. Danke für die vielen sehr tollen Minuten mit dir auf meinen Ohren. Es macht mich sehr happy, einen guten Podcast zu hören wie deinen, wo man dem harten Alltag von solchen nervenaufreibenden Momenten ablenken kann. Dieser Text kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Was ich auch noch erwähnen wollte, als du mal in einem Podcast erzählt hast, dass du Schwierigkeiten mit einer bestimmten Verwaltung hattest und den Namen sehr geschickt verraten hast. Das hat mich so gefreut, weil ich tatsächlich den Geheimcode sozusagen knacken konnte. Kann es sein, dass es noch mehr solche Geheimcodes gibt in deinen Podcasts? Und falls nein, gerne mehr davon. Ja, geht immer wieder mal. Also ich muss sagen, der Versand jetzt, wo mir das nochmal zurückgeschickt hat oder nochmal geschickt hat, besser gesagt, das ist toll. Der Versand ist wirklich, da geht fast eine ganze Galaxie auf, wenn man den sieht. Und am Schluss, Namen für deine Podcast-Hörerschaft Feelgoodgang oder so. So, freundliche Grüße, Ronja. Vielen, vielen Dank. Somit habe ich jetzt gar nicht gezählt. Elf oder zwölf Vorschläge haben wir schon. Da haben wir noch eine gute Woche Zeit, um noch weitere Vorschläge zu schicken. Gerne per Podcast at joel-von-mutzenbecher.ch Und ich werde sie vorlesen und danach gehen wir ins Voting. Und bis zum Voting werde ich vielleicht, ich weiss noch nicht, ob ich es bis dann habe, mein Goodie mir überlegt habe. Vielleicht wird es aber auch noch nicht kommunizieren. Aber ich kann sagen, es ist etwas Exklusives, etwas Einmaliges, etwas, was es so sicher nie mehr geben wird. Und vor allem denen, die heute schon die Vorschläge vorgelesen bekommen haben, kann man gut vorstellen, dass es schon einer von denen wird. Aber wir warten noch eine gute Woche, ein bisschen mehr. Und werden dann die anderen auch noch dazu nehmen und dann auslösen. Somit, das war's von mir gewesen. Heute eine eher kurze Folge, ich weiss, aber es ist wirklich noch einiges los. Ich hoffe, es geht allen gut. Ich hoffe, ihr seid nicht zu fest im Weihnachtsstress. Und freut euch sehr auf die Festtage. Und wir hören uns übermorgen. Neue Solo-Folge. Sehr eine geile Folge. Mit dem Staub, wie ich schon erwähnt habe. Wirklich. Wieder mal Comedy, Comedy, Comedy. Das kann ich sagen. Und das war's von mir gewesen. Habt euch lieb. Bis ganz bald. Alles Liebe. Peace. Ciao. Ciao.